Dann ist das ein kleiner Satz, der aber implementiert, Mensch, der hat sich ein kleines bisschen mit mir beschäftigt. Und das ist nichts Großes, das klingt auch nicht revolutionär, aber ich kann jedem nur empfehlen, die Menschen mögen diese kleinen menschlichen Gesten immer mehr, gerade in Zeiten der Digitalisierung. Bevor du jetzt in den zweiten Teil reinspringst, empfehle ich dir, halt eventuell nochmal an und hör dir den ersten Teil an. Da geht es darum, was ist die Zukunft der Hotellerie, was passiert mit Preiserhöhungen in der Gastronomie und was sind die Lösungsansätze von Olaf Seibeck, dem Hoteldirektor des Lindenhofs. Du erfährst da auch, dass für ihn zum Beispiel das Thema Facharbeitermangel komplett vom Tisch ist. Und wie er das macht, wie gesagt, klick dich rein in den ersten Teil der Folge. In diesem Sinn, viel Spaß bei dem Interview. Also sagen Sie nochmal auf die Antwort vorausgehend, Mentalität hat sich auch geändert. Und man sagt, es gibt auch jetzt in Deutschland den Wunsch, auch gastronomisch sich verwöhnen zu lassen. Man sieht es nicht nur praktisch und geht mal zu den Anlässen, sondern auch wirklich als Lebensstil hat man das jetzt auch schon assimiliert, so ein bisschen angenommen und lebt das einfach. Glaube schon. Ja, cool. Nicht wie bei Ihnen in Barcelona, dass die Leute abends weggehen, das geht bei uns nicht. Aber man geht halt nicht essen, um den reinen Bestätigungswert zu erfüllen, dass man sagt, ich habe nichts zu essen. Also es werden Anlässe kreiert, das glaube ich schon. Und wenn Sie jetzt sagen, kämpfen Sie denn eigentlich mit Booking, also mit den OTAs, also mit den Online-Travel-Agencies, wo Sie sagen, oder haben Sie einen Großteil Ihrer Gäste, die direkt bei Ihnen buchen? Wie ist da das Verhältnis? Also ich kämpfe mit niemandem von den OTAs, weil das sind ja meine Partner. Also ich empfinde, egal ob Booking, Com, HHS und Hotel.de, das sind für mich Partner, die mir im Grunde helfen, eine Erreichbarkeit in Amerika bis zu Ihnen nach Barcelona. Also wenn Sie jetzt aus Barcelona ein Hotel in Gopla suchen, dann hätten Sie vor 15 oder 20 Jahren wahrscheinlich einen Aral-Schlemmer- und Schlummer-Atlas genommen. Dort waren zwei kleine Bilder und fünf Piktogramme. Und Sie hätten es schwer gehabt, rauszufinden, ist der Lindenhof eine Bruchbude oder ein liebevoll geführtes Hotel. Und heute bieten neben der eigenen Homepage auch die Partner wie HHS und Hotel.de und Booking.com die Möglichkeit, mich gut zu präsentieren. Wie das dann jedes Hotel macht, ist ja uns überlassen. Und übrigens die Preishoheit habe immer noch ich, also dieses Thema, dass das Booking, Com und HHS uns kaputt machen, sehe ich nicht. Es liegt an uns, welche Preise wir einstellen, welche Verfügbarkeit ich einstelle. Ich muss bei Booking, Com nicht mitmachen. Niemand zwingt mich. Wie kommen Sie denn jetzt an neue Gäste? Was machen Sie für Kampagnen? Was haben Sie für Konzepte? Einige haben Sie ja schon angesprochen. Vielleicht können wir ja auch auf die mal eingehen. Zum Beispiel Ein Abend mit. Das ist ja ein Konzept. Das gibt es seit wann? Seit 2008, seit 15 Jahren. Das ist Ein Abend mit. Das ist eine Veranstaltungsreihe, wo wir uns prominente Gäste einladen. Und am Anfang waren es Leserabende oder Kochshows mit Alfons Schubeck und Johann Lafer. Und seit 5, 6 Jahren sind es Interviewabende, wo ich die Prominenten wie Boris Becker und Uli Hoeneß zwei Stunden interviewere. Und das Ganze wird noch begleitet von einem Viergangmenü. Ich nenne es immer Liaison aus Kunst und Kulinario. Das ist seit 15 Jahren immer ausverkauft. Wir haben dort einen Gäste-Radius, der sich über ganz Deutschland erstreckt. Also wir hatten jetzt Iris Berben da vor zwei Wochen. Da kommen die Leute aus Berlin, aus Frankfurt extra angereist, um Iris Berben mal so zu erleben. Und da haben wir ein Reinstellungsmerkmal. Ich glaube sogar fast in Deutschland. Ich kenne jetzt niemanden, der es so intensiv macht wie wir. Und das hilft übrigens auch, den Logis-Bereich zu stimulieren. Also neben dem Gastronomie-Umsatz schafft man auch dann Aufenthaltswürst bei den Leuten, die dann auch manchmal über zwei, drei Tage sich hinauszieht. Also es ist nicht nur die Veranstaltung an sich, sondern die Leute bleiben dann noch in Gotha, schauen sich die Gegend an, die Museen an. Und da sind wir sehr dankbar, dass das so gut funktioniert. Und im Übrigen die Mund-zu-Mund-Propaganda, die jetzt sehr antiquiert klingt und auch analog, ist immer noch das Wichtigste in der Hotellerie. Also wenn Sie Leute haben, die positiv über Sie reden, das ist unbezahlbar. Im Internet gibt es ja sehr viele Bewertungen. Ich weiß, dass viele Menschen da viel Wert drauf legen. Ich persönlich nicht, das sage ich als Hotelier auch. Wir löschen nicht eine Bewertung. Wir haben einige negative Bewertungen drinstehen, wo ich sage, wenn die Leute das so finden sollen, das so schreiben. Aber die wichtigste ist immer noch die Mund-zu-Mund-Propaganda. Wenn Sie am Gartenzaun Ihrem Nachbar erzählen, ich war ein Gotha, da habe ich Ihres Werben getroffen, da wird Ihr Nachbar sagen, da muss ich auch mal hinfahren. Und das ist schöner als was anderes. Absolut, ja, also Sie sagen, diese Events ist schon der Magnet für das Hotel. 15 Jahre, da gehört natürlich auch ein bisschen Durchhaltevermögen dazu. Oft ist es ja heutzutage so, dass wir ein Konzept entwickeln und dann sagen, es muss gleich in den nächsten sechs Monaten funktionieren. Wenn nicht, wird es dann abgeschnitten. Was machen Sie noch? Was zeichnet das Hotel noch aus? Also ich glaube, was neben den Veranstaltungen noch unser Steckenpferd ist, sind die Reisen. Und da sind wir, glaube ich, sehr untypisch in der Hotellerie. Die meisten Hotels generieren Incoming-Umsätze, so nennt man das. Also Gäste, die zu uns kommen, bei uns Umsatz machen. Aber wir verreisen mit unseren Standgästen von Gotha aus durch ganz Deutschland, durch ganz Europa inzwischen. Das ist sehr untypisch. Wir nennen das Gourmet-Reisen. Ich fahre seit, jetzt muss ich überlegen, seit 2012, seit elf Jahren, verreise ich mit meinen Gästen in die schönsten Hotels Europas. Wir waren im Sacher Hotel in Wien, im Arklon-Übrenners-Park-Hotel am Tegernsee auf Sylt. Und die Reisen dienen dazu, meinen Stammgästen, die in Gotha zu mir kommen, etwas zu bieten, was wir selbst nicht abliefern können. Also zum Beispiel das Hotel Sacher in Wien ist für mich eines der Besten der Welt. Und nebenan mit der Staatsoper, eine Verbindung, die wir in Gotha leider nicht so bieten können, auf diesem Niveau. Und meine Gäste fahren mit mir, ich bin dann der Reiseleiter, zu diesen Hotels für drei, vier Tage, erleben dort etwas. Und der entscheidende Faktor, warum die mitfahren, ist, weil sie uns vertrauen. Die kennen uns, also uns heißt meine Mitarbeiter, die auch teilweise 20 Jahre da sind, und sagen, wenn ihr das anbietet, dann vertrauen wir euch und wir fahren mit. Denn viele Reisebüros haben ihr Geschäftsmodell auch verändert. Wenn sie heute über die Autobahn fahren, sehen sie noch wenig Busse. Müssen sie mal darauf achten. In Deutschland, die Reisetätigkeit mit Reisebussen ist extrem zurückgegangen. Und wenn ich mich mit Veranstaltern unterhalte, die jammern alle, dass sie die Busse nicht vollkriegen. Wir sind immer ausverkauft. Wir fahren jetzt in drei Wochen nach Hamburg in die Elbphilharmonie zum zweiten Mal, über drei Tage, schlafen dort, machen. Wie viele fahren denn da mit? Es fahren immer genauso viele mit, wie Plätze im Bus sind. In einem normalen Bus sind 51 Sitzplätze mit Reiseleiter, der bin ich. Also können noch 50 Gäste neben mir mitfahren. Und wir haben auch schon Doppelstockbusse, da passen 74 rein. Wobei ich das nicht mehr so gerne mache, weil da lernt man übrigens auch dazu, Doppelstockbusse passen nicht durch alle Brücken durch. Und wir haben schon manchmal Fahrten gehabt, wo wir dann riesen Umwege fahren mussten, weil wir nicht durch eine Eisenbahnbrücke fahren konnten. Also im ländlichen Raum. Von daher fahre ich mit einem einstöckigen Bus und das sind 50 Gäste. Das sind Menschen natürlich etwas gesetzteren Alters, sagen wir mal ab 65 plus. Und die genießen das, dass sie gut betreut sind, dass sie sich sicher fühlen. Da sind auch viele Witwen um die 75, die vielleicht sonst Angst hätten, sich einem Reisebüro anzuvertrauen, weil sie nicht wissen, wer begleitet uns. Und hier werden sie gut betreut. Das ist ein riesen Geschäftsmodell. Wir machen da im Jahr fast 400.000 Euro Umsatz. Also das ist schon nicht wenig. Und vor allen Dingen, wir bieten unseren Gästen etwas, was wir nicht leisten können, aber ihnen dann trotzdem ermöglichen. Wow, also Hut ab. Ich würde mal sagen, wenn es heißt immer, machen ist wie wollen, nur krasser, dann kann man schon sagen, sie sind ein Macher, oder? Ja, gut, auch wir müssen gucken. Ich habe ja vorhin gesagt, Kerngeschäfte analysieren. Und wo ich gesagt habe, wir müssen schnell zu Geld kommen nach Corona. Am Ende muss ja jeder gucken, was gibt der Markt her? Wobei ich glaube, der Schlüssel für diese Reisen ist halt auch wirklich ein sehr enger Kontakt zu seinen Gästen. Also wir sind sehr nah dran. Wenn jemand seinen 60. und 70. Geburtstag feiert, dann bin ich da. Ich gratuliere dem Jubilar. Und dadurch entsteht eine sehr hohe emotionale und persönliche Bindung. Das ist ja das, was oft in den großen Hotels nicht mehr vorhanden ist. Man sieht den Direktor nicht, man findet dort diese Herzenswärme nicht. Das ist ja der Vorteil der Privathotellerie. Also ich glaube, wenn kleinere Betriebe mich fragen, ich bin oft auf Tourismustagen eingeladen, nächste Woche auch wieder in Bernigerode. Ich kann den kleinen Hotels nur empfehlen, pflegt euer Personal, eures Hafen selber und seid nah an den Gästen dran. Hört den Gästen zu. Ältere Menschen sind in der Regel wenig wechselwillig. Also wenn die ihnen vertrauen, dann machen die von der Schuleinführung bis zur Todesfeier, sagen wir mal, alles bei ihnen. Aber sie müssen auf dem Weg präsent sein. Sie müssen auch mal Kritik aushalten. Und dann haben sie das stabilste Kundenklientel, was sie sich überhaupt vorstellen kann. Und jetzt die Frage gleich danach. Wie schaffen sie es, dass sie das auch an ihre Mitarbeiter vermitteln? Weil sie können sich ja auch nicht klonen und überall sein. Wie schaffen sie das? Ich glaube, ich glaube persönlich, Mitarbeiter orientieren sich immer am Verhalten des Chefs. Das weckt davon an, wie man durchs Hotel läuft, ob man Mitarbeiter grüßt oder sie nicht wahrnimmt. Ich glaube einfach, also wir trainieren unsere Mitarbeiter jetzt nicht, was sie zu sagen haben. Ich versuche bei der Auswahl der Leute, wenn ich jemanden einstelle, mehr auf die menschliche Eignung, auf die Empathie zu achten. Also wenn ich sie einstellen müsste und habe tolle Zeugnisse von ihnen, aber nach fünf Minuten habe ich das Gefühl, wir sind nicht mal in der Lage, ein vernünftiges Gespräch zu führen, dann würde ich sie nicht einstellen. Und ich glaube, diese Empathie ist in der Hotellerie das Entscheidende. Auch, dass der Mitarbeiter sich wohlfühlt und dann überträgt sich das auf die Gäste. Und die Stammgäste, die kennen natürlich auch die Mitarbeiter. Die reden auch mit den Frühstückskelnern und und und. Also das ist mehr so ein familiärer Austausch. Wobei man sagen muss, Gotha ist halt auch eine Kleinstadt. Man muss das immer sehen. Aber ich kann mir auch so ein Geschäftsmodell in Berlin oder München vorstellen, weil am Ende geht es immer um menschliche Verbindungen. Und wenn Sie ehrlich sind, wo werden Sie heute noch wirklich menschlich empfangen? Wo interessiert man sich für Sie? Wo nimmt man Sie auch ernst? Und ich glaube, das ist die große Chance der Hotellerie. Und trotzdem unter der Beachtung der Diskretion. Wir dürfen auch nie vergessen, der Gast muss trotzdem seine Diskretion bewahrt haben. Ja, also wir neigen ja dazu, sämtliche Daten erfassen zu wollen. Sie haben heute den Wunsch nach einem Kerschkern, Kopfkissen, weil Sie nicht gut schlafen können. Dann geben wir Ihnen das. Aber wir dürfen es nicht voraussetzen, dass Sie es morgen wieder wollen. Und ich glaube einfach, da ist ein gesunder Austausch notwendig. Auch Selbstbewusstsein der Mitarbeiter, Sie zu fragen. Und dann funktioniert das auch. Gibt es im Hotel Lindenhof ein bestimmtes Werteset? Ist das definiert? Eine Mission? Was ist Ihr Leitsatz im Hotel? Also wir haben jetzt keine Kalendersprüche an der Wand hängen, wo wir sagen, da muss sich jetzt jeder dran halten. Wir sagen, wir gehen respektvoll miteinander um. Wir gehen diskret mit den Wünschen der Gäste um. Ich glaube, das ist auch ein ganz entscheidendes Thema, dass der Gast sich diskret aufgehoben fühlt mit seinen Wünschen, mit seinen Verfehlungen. Ein Hotel ist ein Ort, was viele Begehrlichkeiten weckt. Auch Interesse, auch von Medien, gerade bei uns, wo wir sehr viele prominente Gäste haben, die auch mediale Aufmerksamkeit genießen. Und je mehr man da dem Gast so einen Kokon bietet, wo er sich wohlfühlt, und das sage ich den Mitarbeitern bei der Einstellung, und das leben wir auch. Also das spüren wir. Die Mitarbeiter rennen jetzt nicht hin und wollen ein Autogramm oder ein Foto haben. Das kriegen sie auch so. Das organisieren wir, wenn jemandem das wichtig ist. Aber wir lassen unsere Gäste in Ruhe. Und das überträgt sich. Und die Mitarbeiter, die lange da sind, die leiten die Jungen dann an. Also da gibt es jetzt keine Kalendersprüche, die irgendwo hängen und sagen, so müsst ihr euch verhalten. Jetzt mal eine persönliche Frage, Herr Seibergge. Wenn Sie mir das so beschreiben, was Sie alles tun. Sie gehen auf Reisen, Sie machen den Abend mit. Sie begrüßen dann wahrscheinlich auch Iris Berben oder Stefan Effenberg. Sie leiten Ihre Teams an. Sie kümmern sich um Azubis. Azubis. Was schützt Sie vom Burnout? Wie schaffen Sie das, alles zu meistern? Also die Frage ist gut, wobei ich glaube, dass viele Menschen wie ich einen sehr anspruchsvollen Job haben und viel zu bewältigen haben. Aber die Frage ist insofern gut. Ich habe viele Hoteldirektoren, Kollegen erlebt, die nach Corona, ich will nicht sagen führungsunfähig waren, aber denen die innere Balance verloren gegangen ist. Wir haben in den letzten drei Jahren sehr viel Kraft aufbringen müssen, weil wir als Kapitäne auf der Brücke, auf dem Schiff, ich will es mal als Bild malen, immer die Zuversicht ausstrahlen mussten gegenüber den Mitarbeitern. Du kannst als Chef dich nicht hinstellen und weinen und verzagt sein, weil dann sagt der Mitarbeiter, jetzt geht das Schiff runter. Du musst vielleicht auch in Zeiten, wo du selbst auch mal zweifelst, wir sind ja auch nur Menschen und musst du das trotzdem ausstrahlen. Und da ist, glaube ich, wichtig, dass jeder für sich einen Ruhepol findet, damit umzugehen. Das kann in der Familie sein, das kann in Sportaktivitäten sein. Ich habe mir zum Beispiel nach dem ersten Lockdown eine Vespa gekauft, ein Morpels mit 52. Ich habe gedacht, ich brauche was für meine Seele. Und dann habe ich mir diese rote Vespa gekauft und bin damit über die Dörfer gefahren, bin zur Eisdiele gefahren, habe mir ein Eis gekauft. Und das klingt jetzt profan, aber ich sage Ihnen diese kleinen Glücksmomente, wo man sagt, ich muss jetzt auch was für mich tun. Und das kann auch dazu führen, dass man dann Themen, wo man denkt, die Welt geht unter, vielleicht auch wieder ein bisschen mit einem nötigen Respekt und Abstand sieht und sagt, das kriegen wir hin. Und die Hotellerie ist jetzt in den letzten drei Jahren sehr stark beansprucht worden. Vielleicht sind wir auch jetzt schon resistenter. Ich erlebe gerade bei der Baubranche ähnliche Themen, die jetzt vor großen Herausforderungen stehen. Ich bin ja bei der IHK Vizepräsident und höre die Probleme der Baubranche. Bei denen habe ich so das Gefühl, die sehen jetzt gerade die Welt untergehen und wir als Hotellerie, wir sind seit drei, vier Jahren in diesem Sturm und sind im Moment, glaube ich, ein bisschen resistenter damit. Und das ist vielleicht auch gut, dass man da was gelernt hat. Was war denn Ihr größter Rückschlag, aus dem Sie am meisten gelernt haben? Das ist eine gute Frage. Was mir einfällt, die allererste Veranstaltung 2008, ein Abend mit, war Alfons Schubeck. Und das war für unser Haus schon eine kleine Mondlandung, sage ich mal, von der Qualität. Wir hatten vorher zwar auch Veranstaltungen und ich weiß nur, ich konnte eine Woche vorher nicht schlafen. Ich war fix und fertig. Und als die Veranstaltung zu Ende war, einen Tag später, sind mir die Lippen aufgeplatzt. Mein Gesicht war verpickelt. Also der ganze Stress kam raus. Ich war glücklich, dass alles geklappt hat. Aber ich gebe zu, das war ein Stress, wo ich danach gedacht habe, mein Gott, das kann nicht jedes Mal so laufen. Das übersteht dein Körper nicht. Und heute, muss ich sagen, bin ich sehr viel routinierter, sehr viel gelassener. Das überträgt sich auf meine Gesprächspartner, auf die Prominenten natürlich auch und auch auf die Gäste. Aber jeder, der anfängt, hat mit diesen Themen zu kämpfen. Wichtig ist nur, dass man daran glaubt und dass man nicht auch von Rückschlägen, wenn man sagt, oh, das lief heute mal nicht so gut. Oder dass man den Fehler nicht nur bei sich sucht, sondern sagt, es gehört auch mal dazu, dass es mal nicht immer noch nach vorne geht. Was ist Ihr persönliches Motto dann in solchen Momenten? Ich sage mir immer, wenn wir alles getan haben, was in unserer Macht stand und Corona zum Beispiel stand nicht in unserer Macht. Wenn wir alles getan haben, wenn wir gut gekocht haben, wenn die Mitarbeiter fleißig waren, ich war gut vorbereitet und dann läuft etwas schief, dann sage ich, vielleicht sollte es so sein. Also ich bin inzwischen wirklich sehr gelassen mit Problemen, weil ich bin auch kein cholerischer Typ. Vielleicht klickt das daran, dass ich früher Schach gespielt habe, auch Leistungsschach. Ich habe auch bei DDR-Meisterschaften damals mitgespielt und die Eigenschaft eines Schachspielers ist, dass man versucht, mehrere Züge vorauszudenken und so die Konsequenz seines Handelns sich zu überlegen. Und das ist, glaube ich, auch im Arbeitsleben gut. Das heißt, wenn man, bevor man cholerisch Mitarbeiter anschreit, erst mal überlegen, was ist wirklich passiert, ein bisschen reflektieren. Und das tut dem ganzen Umfeld auch gut. Übrigens auch in der eigenen Gesundheit tut das gut. Von daher, das kann ich eben nur versuchen mitzugeben, immer noch mal Luft holen, bevor man da gleich aus sich rausschreibt. Okay, sehr gut. Weil am Ende muss man sagen, wenn ein Gast sich beschwert im Restaurant, dass das Essen nicht gut war, dann muss man ja immer mal hinterfragen, was ist denn der Grund für die Beschwerde? War das Essen wirklich schlecht? Dann müssen wir uns entschuldigen, keine Frage. Aber gibt es nicht vielleicht auch Optionen, dass der Gast einen schlechten Tag hatte? Es gibt ja auch Menschen, die kommen in das Restaurant und hatten einfach einen schlechten Tag. Sie haben im Lotto verloren oder die Frau ist weggerannt und sie hatten einen schlechten Arbeitstag und wir sind einfach nur der Prellbock des Ganzen. Und dann ist es auch unsere Aufgabe, den Gast zu aufbauen. Ja, genau. Genau. Aber dann muss man trotzdem aufpassen, dass man nicht selber seine eigene Leistung oder seine Mitarbeiter kaputt macht und anschreit, sondern sagt, Moment mal, wenn der Gast ein Problem hat, dann ist es schade für den Gast. Wir fangen ihn auch auf, aber wir dürfen uns dann nicht selber in Frage stellen. Und wir haben mit so vielen Menschen zu tun. Wir haben im Jahr ungefähr 35.000 Übernachtungsgäste. Und wenn dann mal zehn, ich sage jetzt mal zehn Leute, ein bisschen anstrengender sind im Umgang, dann finde ich das eine sehr niedrige Quote und dann nehme ich mir für die zehn auch Zeit. Das kann auch ein bisschen Spaß machen, eine Reklamation. Im Übrigen ist eine Reklamation auch eine Riesenchance, selbst zu lernen und vielleicht den Gast auch als besten Stammgast zu gewinnen, wenn sie gut damit umgehen. Absolut. Wer sind denn die Wunschgäste, die auf Ihrer Liste ganz oben stehen, führt ein Abend mit? Lassen Sie uns mal reingucken. Wen hätten Sie gern? Wir haben jetzt 96 dieser Abende gemacht. Viele meiner Wunschgäste habe ich mir eigentlich schon erfüllt über Fußballer, über Politiker. Wir haben jetzt als nächstes kommt der Gregor Riesi wieder, der Dr. Müller-Wohlfahrt, der Arzt des FC Bayern früher. Also ich habe natürlich noch ein paar Wunschgäste, wie Verona Pots, die war letzte Woche bei uns, mit der spreche ich jetzt gerade. Ich lasse mich auch gerne treiben vom täglichen Geschäft und auch von dem, was passiert. Wir hatten sehr viele Schauspieler, sehr viele Politiker da. Ich mag inzwischen auch Nischen im Kunst- oder im prominenten Bereich. Ich habe zum Beispiel mal einen Abend mit Elisabeth Tessier gemacht. Ich kannte sie vorher, ehrlich gesagt, gar nicht so richtig. Das ist eine der bekanntesten Astrologinnen Europas, die also europaweit Horoskope und Aussagen trifft. Hat auch Politiker beraten, Mitterrand unter anderem. Und dieser Abend war im Vorfeld für mich, dachte ich, na gut, das machen wir, weil die Leute Horoskope nett finden. Und es war ein hochspannender Abend mit einer Frau. Ich glaube, 82 war sie damals. Imponierend, der mir viel gegeben hat. Ich lese Horoskope immer dann, wenn sie mir gefallen. Aber dieser Abend hat mir viel gegeben. Und deswegen mag ich inzwischen auch solche Themenabende, wo man sagt, da kommt mal eine spannende Figur des Lebens und mit dem machen wir einen schönen Abend. Absolut. Und jetzt die Frage, nehmen Sie das auch auf? Gibt es da auch vielleicht Podcasts darüber? Also das wäre jetzt naheliegend. Also wir haben, wir haben in Corona, also diese Abende nehmen wir selten auf, weil wir natürlich wollen, dass die Gäste zu uns kommen. Wir machen ja diesen Abend mit dem Essen zusammen und wir wollen die Tickets verkaufen, um auch den Abend zu finanzieren. Aber ich habe auf unserer Facebook-Seite und auch auf unserer Homepage im Hotel habe ich 30 Interviews geführt mit Prominenten, Maja Leisegebrecht, Alphonse Schubeck, also vielen Leuten, die man da einsehen kann. Wir haben sehr kurzweilige Gespräche, die gehen so in der Viertelstunde, 20 Minuten, die mal etwas anders sind. Ich bin ja kein Journalist. Ich habe auch keinen Fragenkatalog, den ich abarbeite. Und wir versuchen auch kein Buch oder CD zu verkaufen, sondern wir reden über das Leben. Und diese Gespräche sind sehr gut angenommen worden. Und wenn das jemanden interessiert, gerne mal auf unserer Homepage schauen oder auf meiner Facebook-Seite. Da sieht man diese Interviews. In sechs Wochen ist Weihnachten. Können Sie uns ja vielleicht nochmal ein bisschen was verraten? Gibt es da einen Weihnachtsmarkt zum Beispiel auf dem Gelände oder wie ist das? Also wir haben in unserem Hotel zehn Jahre einen sehr schönen Weihnachtsmarkt gemacht. Jetzt hat Gotha Gott sei Dank einen eigenen schönen, weil vorher gab es den nicht. Und dann habe ich den gemacht, weil es in Gotha keinen schönen gab. Jetzt nach zehn Jahren haben wir gesagt, jetzt können die Gäste endlich auch den Gotha-Markt nutzen. Aber wir sind zugegebenermaßen etwas Weihnachts-Junkies. Wir haben 14 Weihnachtsbäume in der Hotelhalle stehen. 14. Wow. Das ist der Wahnsinn. Ja, es fährt eine große Märklin-Modelleisenbahn durch die Halle. Es stehen Schaukelpferde da. Ein großes Pfefferkuchenhaus von zweimal zwei Meter. Also ich gebe zu, es ist schon leicht amerikanisch kitschig, aber trotzdem wunderschön. Also ich glaube, wer bei uns in die Weihnachtszeit ins Hotel kommt, der sagt sich, jetzt kann der Weihnachtsmann kommen. Ah, das klingt ja fast wie eine Einladung, also der selbst sich jetzt nicht widerstehen kann. Das muss ich direkt jetzt bei mir notieren. Ich habe übrigens letztes Jahr auch ein Video, weil Sie das gerade fragten, als Weihnachtsmann gemacht. Da habe ich mich verkleidet. Das können Sie auch im Internet sehen. Ich mache dann auch an Heiligabend machen wir auch immer so ein Klavier-Weihnachtsessen mit Klaviermusik. Und ich lese eine kleine Geschichte vor. Ist auch immer ausverkauft. Also ich glaube, dass unser Hotel zu Weihnachten den passenden Rahmen bietet. Ja, also das klingt fast so. Herr Seibicke, wir haben ja diesen Podcast oder ich habe den Podcast ins Leben gerufen, einfach auch den Unternehmen, die nicht in der Hotellerie zu Hause sind, eben diese CX-Tuning-Hacks zu geben. Und zu sagen, Customer Experience, das geht heutzutage jedes Unternehmen etwas an, die mit Kunden und Partnern zusammenarbeiten. Was würden Sie jetzt sagen? So drei knackige Hacks, die Sie jedem Unternehmer ans Herz legen, auch jetzt in diesen schwierigen, stürmischen Zeiten. Was ist da wichtig aus Ihrer Sicht? Also ich bin auf die Frage nicht vorbereitet, aber umso besser, weil dann kommen die Antworten, die direkt auf der Zunge liegen. Ich glaube, der erste Fakt ist Thema Geschwindigkeit. Wenn Sie heute eine Anfrage kriegen, egal ob es eine Bewerbung ist oder eine Anfrage für die Zusammenarbeit. Ich glaube, was heute ganz, ganz wichtig ist, Geschwindigkeit in der Antwort. Und da geht es gar nicht darum, eine qualifizierte Antwort gleich zu liefern, sondern denjenigen, der anfragt, zu signalisieren, pass mal auf, ich habe das registriert, dass du dich meldest. Ich habe vielleicht jetzt gerade nicht die Zeit, dir detailliert zu antworten. Ich kümmere mich drum, aber ich habe dich auf dem Schirm, um es mal ganz einfach zu sagen. Wir erleben das gerade im Bewerbungsbereich, weil wir vorhin das Thema hatten. Wenn sich heute ein Jugendlicher bewirbt, dann ist für ihn ganz ausschlaggebend auch, wie schnell kriege ich eine Response, wie schnell kümmert man sich um mich. Und deswegen kann ich jedem Unternehmer, egal in welcher Branche, nur empfehlen, relativ schnell sicherzustellen, dass wenn jemand eine Mail schreibt, Mails haben wir den Vorteil, die sind sofort da, nicht wie früher ein Brief. Dass man zumindest eine Rückantwort bereithält, die um etwas Zeit bittet, wenn man nicht gleich die Antwort hat. Im zweiten Bereich, glaube ich, ist es extrem wichtig, Antworten auch zu personalisieren. Das heißt, dem Menschen, der einem antwortet, auch ein Gesicht zu geben. Gesicht vielleicht sogar mit einem Foto. Ich persönlich mag es unheimlich, wenn ich weiß, mit wem ich telefoniere oder wie sieht derjenige aus. Und da geht es nicht darum, Modelfotos zu veröffentlichen, ganz im Gegenteil. Es geht einfach darum, ein sympathisches Gesicht zu sehen, wo man sagt, mit dem Menschen kommuniziere ich gerade. Gerade in der Geschäftspost, diese klassischen Regeln, die früher selbstverständlich waren, in der Anrede, in der Abrede, die gehen im Moment etwas verloren. Das liegt auch an der kurzen Handysprache, MFG, OMG. Man arbeitet nur noch mit Abkürzungen. Ich halte auch Knicke-Referate an Schulen, die jetzt gerade Tanzschule machen, um denen einfach diese Werte, die die Knicke uns gegeben hat in der deutschen Sprache, aber auch im Umgang miteinander. Ich glaube, das ist im Geschäftsleben extrem wichtig. Das hat auch was mit Wertschätzung zu tun. Und wenn Sie von jemandem ein nettes Mail kriegen, die freundlich geschrieben ist, wo man vielleicht auch Bezug auf die Informationen, die Sie mir geben, wenn ich jetzt weiß, Sie sind in Barcelona, kann ich Ihnen ja schreiben, Mensch, ich drücke dem FC Barcelona die Daumen für das Spiel gegen Real am Wochenende. Dann ist das ein kleiner Satz, der aber implementiert, Mensch, der hat sich ein kleines bisschen mit mir beschäftigt. Und das ist nichts Großes. Das klingt auch nicht revolutionär, aber ich kann jedem nur empfehlen, die Menschen mögen diese kleinen menschlichen Gesten immer mehr, gerade in Zeiten der Digitalisierung. Absolut. Und jetzt noch den dritten. Das waren jetzt zwei. Noch einen dazu? Was ich vorhin auch schon sagte, die Darstellung des Unternehmens, also wenn Sie auf unsere Homepage gehen, also ich glaube, ein Unternehmen sollte ehrlich und reflektiert mit sich umgehen. Was sind, also keine leeren Versprechungen machen. Es gibt ja heute tolle Imagevideos und Ähnliches. Wenn die Realität schlechter aussieht als das, was Sie haben, dann wird das nicht lange von Erfolg gekrönt sein. Dann werden Sie einmal Geschäfte abschließen. Aber eine dauerhafte und stabile Kundenbeziehung werden Sie nur erreichen mit Offenheit. Und wir haben zum Beispiel, als wir die Küche umgebaut haben, wir haben vor drei Wochen die Küche fertiggestellt und hatten sechs Wochen die Küche geschlossen, weil wir alles umgebaut haben. Da sind wir sehr offen, auch bei Booking.com, weil sie das vorhin hatten, damit umgegangen und haben gesagt, liebe Gäste, wir sagen es euch schon vorher, wir bauen gerade um. Es gibt nur eine Kleinigkeit zu essen. Also ihr werdet nicht verhungern, aber wir haben halt nur ein eingeschränktes Gastronomieangebot. Ich glaube, das ist wichtig, weil wenn ich Ihnen das nicht sage und Sie kommen aus Barcelona und sind dann bei uns und sagen, hätten wir das gewusst, wären wir nicht in Lindenhof gefahren. Dann sind Sie in der Eintagsfläche in meinem Hotel. Und ich glaube, diese Offenheit sollte jedes Unternehmen haben und auch negative Dinge mal positiv. Ich gebe, um ein Beispiel Ihnen mal zu sagen, ich gebe Referate bei jungen Leuten, wie man sich richtig bewirbt. Und wenn Sie als junger Mensch sich irgendwo bewerben, dann guckt natürlich der Chef in Ihrem Lebenslauf, gibt es da Lücken? Gibt es irgendwo eine Lücke? Oder bei Schulzeugnissen guckt man, wie viele Fehltage hat das jemand? Ja, weil man ja guckt, wie zuverlässig und wie krank ist der? Und wenn Sie sich zum Beispiel mal das Bein brechen oder sind länger nicht an der Arbeit oder in der Schule und Sie haben 30, 40 Fehltage, dann kann man das so stehen lassen und denkt, das wird schon keiner sehen. Oder man schreibt rein, es wird Ihnen sicherlich nicht verborgen bleiben, dass ich 30, 40 Tage in der letzten Schuljahr hatte. Ich möchte Sie nur darauf hinweisen, ich hatte mir das Bein gebrochen. Ich bin normalerweise sehr zuverlässig, bin nie krank. Aber da war es mir nicht möglich. Sie verwandeln die Schwäche, dass Sie die 30, 40 Tage hatten, in eine Stärke, in dem Sie sie offiziell kommunizieren und sagen, es ist mir eigentlich peinlich, ich will Sie nur darauf hinweisen. Das offene Umgehen mit Defiziten, egal ob es eine Baumaßnahme oder mit einem gebrochenen Bein ist, ich glaube, das kann ein Schlüssel zum Erfolg sein. Absolut. Absolut. Vielen Dank, Herr Seibicke, für die letzten, also für die drei Hacks. Jetzt zum Schluss, das ist jetzt so Tradition im CX-Tuning-Hacks-Podcast, gibt es noch so ein paar Fragen, wo ich immer meinen Interviewgast noch ein Stück näher kennenlerne. Und sie sagen einfach, links oder rechts, ja oder nein, trifft für mich zu oder trifft für mich gar nicht zu. Kaffee oder Tee? Was darf ich bei Herrn Seibicke einloggen? Je nach Tageszeit. Je nach Tageszeit. Tee, machen Sie Tee ein. Tee. Food and Beverage oder Rooms Division? Was liegt Ihnen mehr? Wo schlägt mehr Ihr Herz als Hoteldirektor? Rooms Division. Rooms Division. Die Hauptsaison oder die Nebensaison? Bei Ihnen ist immer Hauptsaison. Gutes Wetter. Achso, ich dachte, Hauptsaison. Hauptsaison. Viergangmenü oder Buffet? Immer Menü. Ich liebe Service. Ich mag es, wenn man mir den Teller bringt. Ah, sehr schön. Herzhaft deftig oder leicht vegan? Nie vegan, herzhaft deftig. Herzhaft deftig. Ja. Meerprise oder Bergluft? Bergluft. Bergluft. Sylt oder Rügen? Sylt. Liegt daran, dass ich da selbst gearbeitet und gelebt habe. Ja, da ist man einmal der Insel verfallen. Einmal Sylt. Einmal Sylt, immer Sylt. Ja, geht mir auch so. Ich habe heute gerade heute früh aus der Sylt-Tasse meinen Kaffee getrunken mit der Insel vorne drauf. Kaminabend oder Weihnachtsmarkt? Kaminabend. Kaminabend. Sind Sie ein Last-Minute-Bucher oder lang geplant, Sie selbst? Lang geplant. Lang geplant. National oder international? Gerne international, aber auch noch lieber national. Ich liebe Deutschland und wir haben wunderschöne Ecken, die kein Mensch kennt, die sich lohnt zu entdecken. Wo geht die nächste Reise hin? Ja, also Hamburg. Lassen Sie es Hamburg. Hamburg. Genau. Dann kann ich nur so viel dazu sagen. Meine nächste Reise, wenn ich zu Hause bin, was ja Leipzig ist, wird definitiv über den Lindenhof in Gotha führen. Und wir werden uns definitiv live demnächst sehen, irgendwann jetzt. Und ich bedanke mich natürlich herzlich für dieses Gespräch und wünsche Ihnen in diesen stürmischen Zeiten viel Energie, viele nette Gäste und schöne Abende bei Ihnen in Gotha. Ich danke Ihnen ganz herzlich, liebe Grüße nach Barcelona und bis bald. Eben Dank. Macht es gut. Es hat mich sehr gefreut, dass du heute zugehört hast. Vielen Dank. Wenn du mehr wissen willst über das 1 zu 1 Customer Experience Coaching und Mentoring Programm bzw. über die Seminare, wie zum Beispiel Briefing Customer Executive Modus, dann geh einfach auf die Webseite www.amlung-partners.com. Und wenn du Teil unserer CX Community werden willst, dann klick einfach auf LinkedIn CX Tuning Hacks oder auf Instagram bei Amlung und Partners dich ins Profil ein. Bis zum nächsten Mal. Stay tuned für deine Customers. Deine Peggy.